und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video heute haben wir mein neues spielzeug dabei frisbee wo man futter rein machen kann klasse teil ist für die emmy mal sehen ob es was bringt also ich habe jetzt hier das spielzeug und zwar von dog creek ein klasse teil ich zeige es mal näher hier ist mit so einem reservoir da kann man futter rein machen geil so also hier ist der frisbee vorbereitet und hier das nassfutter also ist drin ich zeige es mal ganz kurz hier nassfutter ist drin so jetzt versuchen wir mal dass die emmy das apportiert ist ja nichts anderes wie apportieren und bringt und bringt und bringt ja super und bringt ja komm und bringt ja super 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 ganz einfach ganz einfach jetzt machen wir das mal richtig ganz einfach also er hat schon mal verstanden das ist ja einfach so ja komm und bringt ja da klang viel ganz einfach und ich kann auch nie sehen wir wie ja und ich muss sagen also es gibt einfach ganz einfach ein Platform nicht und ich kann und regn die Fisbee! Super! und regn die Fisbee! Sitz! Super! Yes! Super! Sitz! Yes! Er ist einige Hase nada, aber auch nicht. Komm, du beginnst auf. Ich mach mir so, da gerne die Fisbee. Pow, du Centern! Wasp sein! Super, Mutl! Auf! Und platz! Sitz! Und platz! Super! Super! Prost! Super! Prost! Super! As Deliver's lasses Used to live? Difficirse For that Audio Bis zum nächsten Mal.